Der autoritäre Führer von Belarus, Aljaxandr Lukaschenko, hat anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung von Belarus von Nazideutschland ein Dekret zur Massenamnestie unterzeichnet. Laut staatlichen Medien wird die Amnestie für 7.850 verurteilte Häftlinge gelten, von denen 2090 aus dem Gefängnis entlassen werden. 800 bedingte Verurteilungen werden aufgehoben, während 40 inhaftierte Personen freigelassen werden. Die Haftstrafen von 260 Personen werden zur Bewährung ausgesetzt, und 4550 Gefangenen wird ihre Strafe um ein Jahr verkürzt. Lukaschenko hatte am 2. Juli angedeutet, dass einige der Gefangenen, die wegen ihrer Teilnahme an den Massenprotesten im Jahr 2020 gegen das offizielle Ergebnis der Präsidentschaftswahlen inhaftiert wurden, freigelassen werden könnten. Der 69-jährige Lukaschenko ist seit 1994 an der Macht in Belarus. Seit den Wahlen im August 2020 wurden mehr als 35.000 Menschen verhaftet. Viele Länder haben als Reaktion auf die Unterdrückung von Oppositionskräften im Land Sanktionen gegen Lukaschenkos Regime verhängt.